Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal zum Türchen Nummer 7 des Advent of Code Adventskalenders 2022. Wenn euch gefällt, was ich mit meinen Videos betreibe, liked und subscribed doch gerne das Video und meinen Kanal. Mein Kanal ist nicht monetarisiert, ich verdiene damit kein Geld, aber ich würde mich über positiven Response freuen und gerne mit euch in Interaktion treten. Aber kommen wir zu der heutigen Aufgabe. Wir haben gestern ein Gerät, das als Funkgerät dient, repariert. Stellt sich heute heraus, es ist auch ein Computer und wir versuchen diesen Computer zu updaten. System Update mit den modifizierenden Flags bitte und ganz doll bitte mit Zucker on top. Half aber alles nichts, es ist nicht genug Speicherplatz, freier Speicherplatz übrig. Das heißt also, wir müssen jetzt zusehen, dass wir da ein bisschen Platz auf dem Gerät schaffen. Das Gerät scheint wohl mit Linux betrieben zu sein. Wir finden darauf auf jeden Fall erstmal eine Terminal und können uns dann dort mit typischen Terminal-Befehlen ein bisschen umschauen und uns einen Überblick über die Ordner- und Dateienstruktur verschaffen. Manuell. Das ist das Spannende daran. Was wir hier sehen, das ist der Beispiel-Input, der für das heutige Rätsel gegeben ist. Das ist hier unser Marsch mit Hilfe der Terminal, unser Marsch durch das Ordner- und Dateien-System unseres Geräts. So mit CD, Change Directory, wechseln wir in den Ordner Slash, das ist der höchste Ordner auf dem Elfengerät. Mit einem LS, einem List, zeigen wir uns dann in Slash einmal an, was sind die unmittelbaren Dateien und Unterordner, die in Slash direkt enthalten sind. So und da liegt Dear A, da liegt der Unterordner A und der Unterordner D. Und darüber hinaus B Text und C Dat. Jetzt ist es bei dieser Anzeige immer so, also wir sehen hier vorne, manchmal sind da Dollars, manchmal sind keine Dollars. Ein Dollar steht immer dann davor, wenn es sich um einen Befehl handelt, den wir eingegeben haben. Wir haben CD Slash, ist ein Befehl von uns, also Dollar davor, List ist ein Befehl von uns, also Dollar davor und alles danach bis zum nächsten Dollar ist die Ausgabe von LS und deswegen gibt es hier keine Dollars. So und halt Slash hat in diesem Beispiel hier vier Items gehabt. Es hat zwei Unterordner A und D sowie zwei eigentliche Files oder zwei eigentliche Dateien. So und bei dieser Anzeige ist es jetzt so, alles was kein Ordner ist, bekommt angezeigt, wie groß es ist. So ja, also A hat natürlich auch indirekt eine Größe dadurch, dass der Ordner A seinerseits Dateien enthält. Aber unmittelbar per se wird hier aber keine Größe dran geschrieben. Die Größe wird nur unmittelbar bei den Dateien selbst notiert. So dann steht also hier, okay, B hat irgendwie 14.800.000 irgendwas, 1000 ist seine Größe. Die Einheit hier ist auch nicht ganz klar, Bit, Byte, Megabyte, weiß ich nicht, spielt auch nicht so eine Rolle. C, Dat hat eine Größe so. Und wir können es dann aber weiter bewegen. Wir können sagen, okay, dann gehen wir doch mal nach in A rein, Change Directory nach A. Wir machen dann da ein L, S, ein List und dann sehen wir, okay, es gibt einen weiteren Unterordner E. Es gibt Dateien F, G und H List. Sie haben ihrerseits irgendwelche Größen. Mit C, D, E können wir gewähren E reinlaufen. Wir können uns auch hier angucken. L, S, List, was hat E alles für Inhalte, stellt sich heraus, eine einzige Datei mit dem Namen I. Und dann mit CD Punkt Punkt. Bisher war immer CD und Ordnername hat uns sozusagen in einen Unterordner reingeführt. Mit CD Punkt Punkt geht man raus. Also man geht ein Ordner hoch. Man geht in den Elternordner zurück. CD Punkt Punkt führt uns also zurück nach A. CD Punkt Punkt führt uns zurück nach Slash. Mit CDD gehen wir dann also in den Unterordner D, den wir ganz hier oben gesehen hatten und so weiter. Also das ist hier ein so ein manueller Durchmarsch durch das Ordner- und Dateien-System von uns. Und die Aufgabe jetzt ist es, also eine Zwischenaufgabe sozusagen, ist es jetzt erst einmal die Größe aller Ordner, die effektive Größe aller Ordner zu bestimmen. Der Ordner E hat die Größe 584, weil der Ordner E exakt eine Datei hat, die so groß ist. Jedoch sein Elternordner, das war A, A hat die Größe von Unterordner E plus die Teilgrößen von F, G und H-List. Ja, also A sozusagen erbt die Größe von E. Das bedeutet, wenn wir uns über die Ordnergrößen von A und E unterhalten, dann wird dabei die Dateigröße von I sozusagen doppelt gezählt. I zählt einmal als Teil der Größe von E, aber I muss auch mit berücksichtigt werden bei der Größenbestimmung von A. Ja, so, das ist effektiv ein Beispiel, für was für ein Input uns gegeben sein wird. Aber sie haben dann sich hier auch nochmal die Mühe gemacht, zu sagen, wenn dann jetzt einmal dieser manuelle Durchmarsch abgeschlossen ist, ergibt sich also folgendes strukturiertes Ordner- und Dateienbild. So, das ist jetzt sozusagen, das ist jetzt hier kein Durchmarsch mehr, sondern das ist jetzt eine exakte Darstellung der Baum-Hierarchie, wie diese Ordner aufeinander aufbauen und welcher Ordner welche Datei beinhaltet. Die unmittelbare Fragestellung für Part 1, nachdem wir uns also die Situation aufgeklärt und die Ordnergrößen alle einzeln ermitteln können oder ermittelt haben, wie auch immer, Die Frage ist jetzt, wir sollen alle Ordner, egal ob Unterordner oder nicht, wir sollen die Größen aller Ordner aufaddieren für all diejenigen Ordner, die kleiner sind als dieser Wert. Ja, manche sind größer, manche sind kleiner. Hier in dem Beispiel ist es jetzt so, dass die Verzeichnisse a und e sind kleiner als dieser Wert und damit die einzigen Verzeichnisse, die es im Beispiel zu berücksichtigen gilt. Und das heißt, deren Summe wäre anhand des Beispiels die Antwort auf die Frage und sie wäre 95.437. Ja, nochmal, wir haben also Slash ist ein Unterordner, der ist dabei zu groß. A ist ein Unterordner, der ist nicht zu groß. E ist ein weiterer Unterordner von A, ist nicht zu groß. D ist ein Unterordner, der ist zu groß. Warum müsste man sich jetzt, hier ist es ja einzeln aufgezählt, E ist 584, also nicht zu groß. A ist 94.000, also nicht zu groß. D ist, ui, 24 Millionen. Äh, 900, irgendwas, eine 30.000. So, und hier die magische Grenze war 100.000. Ja, 24 Millionen ist irgendwie größer als 100.000, das ergibt Sinn. Und dann natürlich Slash, der alles beinhaltet, der ist dann hier bei, äh, 48 Millionen irgendwas. So, ähm, genau, das ist jetzt aber anhand des Beispiels, ist jetzt das Gleiche natürlich für unseren individualisierten Input. Ähm, der individualisierte Input, äh, hier ist er für mich, äh, steht bei mir aus 1090 Zeilen. Also, das war wohl ein ganz schöner Durchmarsch, durch das Terminal, all diese Ordner da auszumappen, wie dem auch sei. Ähm, dafür habe ich jetzt also wieder mein Sourceloader-Skript ausgepackt und programmiert. Und, äh, das ist heute mal wieder deswegen etwas ausufernd geraten, weil wir hier wieder, weil es jetzt hier als Teil des Parsings, äh, einige Routinen gibt, ähm, wo Part 1 und später auch Part 2 beide zusammen von profitieren. Deswegen, äh, ist hier sehr viel Code, der, äh, nicht in Part 1 eingegangen ist, sondern in das Sourceloader-Skript. Und wie sieht dieser Code aus? Und es geht los. Ich habe mir eine Protokollklasse geschrieben, das wäre nicht nötig gewesen. Äh, äh, wollte ich aber, ähm, kommen wir gleich zu. Dann haben wir eine Klasse, ähm, Datei. Dann haben wir eine Klasse Ordner. Äh, und dann haben wir hier Pass Terminal Output. Und dann kommen wir hier zum Beispiel, die Teilantworten für die beiden Parts anhand des Beispiels. Und das ist mein Sourceloader-Skript. So, ich wollte also, ähm, nicht ganz unähnlich, wie Sie es ja, Sie haben mir hier einmal vorgegeben, Sie haben ja hier sozusagen, was ist denn jetzt die klare Ordner- und Datenstruktur anhand des Terminal-Durchmarsches. So etwas Ähnliches wollte ich auch machen, aber im Sinne von, äh, Python-Datenstrukturen. Also ich möchte, äh, den Terminal Output einmal übersetzen in einen Baum, einem Baum aus Knoten, Nodes, von Ordnern und, äh, äh, Dateien. Und dafür habe ich diese ganzen Strukturen geschrieben. Ähm, so der Node hier, der, der Node ist sozusagen, ist, ist eine abstrakte Überklasse, ähm, die, ähm, Gemeinsamkeiten, ähm, alle am Dateisystem befindlichen Objekte ausdrücken soll. Also alles, was so ist wie Node, kennt ein Attribut Parent, hat einen Namen, hat eine Funktion Size, ähm, hat eine Funktion GetStringIndent, hat eine Funktion StringOutput, die beiden hier sind nicht so wichtig, die habe ich eigentlich nur zum Zwecke der Visualisierung, äh, geschrieben, diese Funktionen, aber diese Funktionen sind nicht relevant zur Bearbeitung der Aufgabenstellung, zur Bearbeitung der, zur Beantwortung der, der Fragen. So, und jetzt ist hier, File ist so ein Objekt, das sich an das Node-Protokoll hält. So, also, es muss also ein, ein Parent, es muss also ein, ein, ein Parent kennen, der Parent soll vom Typ Folder sein, Folder ist hier unten, äh, es hat einen Namen, äh, es hat versteckte Attribut, äh, Size, und über die Funktion Size wird einfach nur dieses versteckte Attribut zurückgegeben, also für eine File ist, äh, Size, äh, äh, nur ein Getter. So, wir haben eine Initialisierungsfunktion, die nimmt an, den Namen der Datei, die Größe der Datei und der Ordner, dem die Datei liegt, ja, das, der Eltern, der, ähm, Eltern Folder, der Eltern Ordner. Das wird einfach planar hier innen drin abgespeichert und fertig aus. Außerdem, äh, gehe ich dann Self Parent, ich, ich gehe zu dem, äh, ähm, Eltern Ordner hin, zu dem Überordner, und füge da das File, äh, sozusagen als Content, äh, hinten an. So, Size haben wir gerade diskutiert, ich gebe einfach bloß die, äh, Size zurück. Also, das, die File Class hier ist denkbar simpel, ähm, das hier überspringen wir mal, oder, sage ich gleich was zu, äh, die beiden Funktionen sind auch nur dafür da. Also, das hier, GetStringIndent, ist eine Hilfsfunktion hier für die String-Methode, äh, äh, also für die textuelle Darstellung. So, die Folder-Klasse. Auch die Folder-Klasse kennt ein Parent, das ist entweder ein anderer Folder, oder es ist None, wenn es schon wirklich der oberste, äh, Ordner ist. Ähm, es hat einen Namen, und es hat eine Auflistung von, was es beinhaltet, also andere Ordner und Dateien. So, äh, es gibt wieder eine Initialisierungsfunktion natürlich. So, äh, das Ding sind, nimmt seinen Namen an, ähm, und gegebenenfalls seinen Elternordner, wenn es einen gibt. So, da wird der Elternordner hinterlegt, und dann wird dann geprüft, wenn der Elternordner jetzt nicht None ist, dann, äh, sagt dem Elternordner mal Bescheid, dass dieser Unterordner jetzt dazu gehört. Also wird ja auch wieder am Content hinten angehangen. So, dann, die eigenen Contents werden schon mal leer initialisiert, darauf warten, dass man da was anhängen kann, äh, und der Name wird gesetzt. So, beim File war jetzt bei der Size so geregelt, dass da einfach was zurückgegeben wurde. Hier ist es jetzt so, hier muss die Size jetzt akut berechnet werden. Äh, wir gehen dazu alle Contents durch und fragen, äh, die, ähm, Content-Teilnehmern, was ihre Größe ist. Das summieren wir auf und geben das so zurück. So, und diese, äh, äh, Content-Objekte sind entweder Files, dann kommt da direkt ein Integer-Wert zurück, oder es sind selber Unterordner. Diese Unterordner würden dann über diese Funktionen rekursiv, also ihrerseits, eine Größenermittlung der beinhalteten Dateien, äh, ähm, anstoßen. Äh, äh, ich möchte in den Unterordner reingehen, dann kann ich hier den Namen des Unterordners, äh, den String-Namen des Unterordners angeben und wenn dieser Unterordner existiert, dann wird, wird er hier halt rausgesucht und zurückgegeben, ansonsten wird ein Build-In File-Not-Found-Error geworfen. Ha, 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 so, äh, dann hier sind wieder GetString-Indent und String- und Wrapper, ah, oh, diese drei Funktionen sind wieder für den, für die String-Ausgabe da. Hier oben habe ich das, äh, Wrapper vergessen und hier auch. So, das ist File, das ist Folder und dann kommt Pass Terminal Output. Das ist dann jetzt auch kein langes Skript mehr. Äh, ich hole mir mein Raw rein, zerlege es in seine Zeilen, ich, ähm, prüfe, dass die erste Zeile, weil das soll nämlich immer der Fall sein, äh, dass die erste Zeile, äh, tatsächlich bedeutet, dass wir in den Hauptordner ganz oben, in den Slash-Ordner einsteigen, ohne den ist was schiefgelaufen. So, wenn das der Fall ist, dann weiß ich ja jetzt schon den ersten Befehl, ich möchte in den Slash-Ordner und das heißt, ich lege mir gleich mal diesen Top- oder Slash-Folder oder Slash-Ordner an. So, und dann sage ich, ja, das ist dann jetzt auch der Current-Folder, das ist jetzt der, äh, gegenwärtige Ordner, auf den ich gucke. Und dann schaue ich mir Zeile für Zeile die restlichen Zeilen an. So, wenn der LS steht, dann, äh, ignoriere ich das und gehe weiter. Ähm, wenn da irgendwas mit CD steht, dann splitte ich anhand der Leerzeichen, das gibt, in dem Fall gibt es immer zwei Leerzeichen, nämlich einmal das Leerzeichen zwischen Dollar und CD und dann das Leerzeichen zwischen CD und Ordnername, Sie haben auch hier Folder nehmen. Wobei es natürlich den Spezialfall gibt, dass der Folder nehmen eigentlich gar kein, äh, Ordnername ist, sondern Punkt, Punkt. Ja, dann sage ich nur, dass der Current-Folder, das war ja der hier oben, der Current-Folder, das ist sozusagen mein Pointer, mein Zeiger oder einfach nur mein Marker, wo ich gerade bin, ja, dann sage ich Current-Folder ist Current-Folder.parent, dann gehe ich einmal hoch in den Eltern-Ordner. Ansonsten benutze ich hier diese Find-Funktion, da ich lasse mir jetzt genau den Unterordner zurückgeben aus dem Current-Folder, der über CD ja gerade gefragt war und bin dann sozusagen auf diese Weise in den Unterordner reingegangen. Äh, so, das ist, das ist, äh, Elif-Line-CD, Elif-Line-Deer. So, dann weiß ich ja jetzt, ähm, äh, wenn meine Zeile mit Deer anfängt, da ist ein neuer Unterordner, den ich bis jetzt vermutlich noch gar nicht kenne. Äh, das setzt voraus, dass ich nie wieder in meinem Terminal-Durchlauf, das wurde nirgendwo geschrieben, ich habe es implizit einfach so angenommen, aber ich bin davon ausgegangen, wenn ich einmal mit CD in einen Unterordner reingegangen bin, dass ich nie wieder in diesen selben Unterordner zurückgehen würde. Und scheinbar war es wohl auch so, dann habe ich meine Tagesaufgaben gelöst. Ansonsten müsste man hier, äh, das Parsing noch ein bisschen modifizieren. Ähm, so, so, aber wenn da jedenfalls, äh, 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 dann haben wir jetzt einen neuen Unterordner gefunden, den wir vorher noch nicht kannten, dann splitte ich mir hier auch an, über die, äh, äh, Leerzeichen hinweg den Foldernamen raus und er, erzeuge einen neuen Ordner, äh, äh, den ich an den Current Folder anhänge. So, das sind jetzt, bis jetzt, drei verschiedene, ähm, If-Elifs gewesen. Jetzt frage ich noch mal, ob Line mit einem Dollar anfängt. Grundsätzlich darf es ja mit einem Dollar anfangen, aber wir haben eigentlich gerade schon alle Befehle abgegrast, wo ein Dollar hätte vorne stehen können. Wenn jetzt noch irgendwas mit einem Dollar übrig ist, dann ist was schief gelaufen, Race is Searchen, na, dann wird ein Fehler geworfen. Ähm, und wenn all das, was wir bis eben gerade abgearbeitet haben, wenn es all das nicht ist, dann bleibt jetzt nur noch eine Möglichkeit über. Wir haben ein File gefunden. Ja, das heißt, wir können jetzt also unsere Zeile splitten nach der Size und dem File Name. Die Size müssen wir dann mit dem Integer in eine ganze Zahl konvertieren, äh, und dann erzeugen wir eine, eine Datei mit Namen und hängen sie an den gegenwärtigen Ordner an. Und dann können wir einfach, top-top zurückgeben. Das ist dann jetzt sozusagen unser digitales Abbild, der digitale Zwilling des, ähm, Dateisystems auf dem Elfengerät hier in Python. So, das ist das Source Loader Scripts und jetzt die Part 1 und Part 2 Skripte fallen entsprechend sehr kurz aus, weil die Hauptarbeit findet ja schon hier statt bei der Definition der Strukturen und bei dem Parse Terminal. Ähm, in Part 1 war ja jetzt gefragt, was ist die, genau, hier ist die Main-Funktion, hier ist die Test-Funktion, hier ist die Part 1-Funktion und hier ist die Funktion, die Part 1 tatsächlich löst. Ähm, die Frage war jetzt, was ist die Summe aller Unterordner, die eine bestimmte Größe nicht überschreiten? Dazu habe ich diese Funktion geschrieben, Recursive Size Determination. Ähm, was, was macht sie? Sie prüft, ähm, ob, also sie nimmt einen Ordner an und sie nimmt diese, diese Grenze, diese maximale Größe, äh, als, als Argumente an. So, und sie guckt, ist Current Size, das ist die Größe des Ordners, kleiner gleich dieser Grenze, wenn ja, rechne es auf das Total mit drauf und dann gehe durch alle, äh, durch, durch alle eingehängten Objekte, prüfe, was davon ein Ordner ist und rufe die rekursive Funktion auf diesen Unterordner auf. So, dann wird das, äh, total entsprechend, und das Total wird dann entsprechend inkrementiert und am Ende wird das total zurückgegeben. Ähm, und das beantwortet dann auch die Frage von Part 1 zu Part 2. Hier wird jetzt gesagt, okay, nun kennst du das Dateisystem, nun hast du dir einen Überblick über die Größen der Ordner verschafft, und jetzt ist die Frage, welcher Ordner ist, oder was, was ist der kleinste Ordner, der groß genug ist, um ausreichend Speicher freizugeben? Da wird hier gesagt, äh, hier ist die, hier ist die totale Speichergröße unseres Geräts, ähm, hier ist die, hier ist die Speicherplatzgröße, die das Update braucht, ähm, und wir wissen ja jetzt, wie viel Platz das Slash einnimmt, so, und wir sollen jetzt einen Unterordner identifizieren, den, den kleinsten Unterordner identifizieren, der aber groß genug ist, um ausreichend Platz frei zu geben, damit wir hier über diesen Wert kommen, also genug Platz für das Update haben. So, für das, äh, Beispiel, äh, wird hier dann nochmal, für, für das Beispiel von, von hier oben, hier wird gesagt, ähm, E ist nicht groß genug, A ist nicht groß genug, Slash wäre groß genug, aber wiederum auch zu groß, und D ist genau der gesuchte Ordner, äh, im Sinne von Part 2, äh, der kleinste, ausreichend große Ordner, der genug Platz frei gibt. So, wie lösen wir das programmatisch? Auch kein Problem, ich habe mir also hier diese gegebenen Größen abgespeichert, ja, die, die, die Device Size, so die Geräte Speicherplatzgröße, die Minimum Requirement, ja, das ist eine minimale Anforderung, ähm, und die, ja, die Safe Size, also was können wir von der Gerätegröße belegen, um noch am Ende genug Platz fürs Update zu haben. So, und dann ist hier auch wieder, das ist die Main Function, die Test Function, die Part 2 Function, hier ist die eigentliche Implementation, es ist genauso eine rekursive Funktion, wie in Part 1, die wird jetzt einfach auch nur, ich gehe, ich laufe rekursiv alle einzelnen Unterordner ab, und schaue nach, welcher ist groß genug, um ausreichend Platz freizugeben, und vergleiche sie dann auch noch untereinander, äh, wer von denen ist denn der kleinste, und lasse mir von dem die Ordnergröße zurückgeben, und das beantwortet dann auch Part 2, äh, des heutigen, ähm, Rätsels, ähm, und das war Türchen Nummer 7, und wir sehen uns, äh, hoffentlich morgen zum Türchen Nummer 8, und damit, ciao, ciao, Ciao,